Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wir gelangen zu einer Reihe von Abstimmungen. Zunächst Abstimmung über den selbstständigen Antrag 1136 AE der Abgeordneten Ingenieurin Dietrich. Kolleginnen und Kollegen, betreffend stirbt der Wirt, stirbt das Dorf, SPÖ und ÖVP zerstören österreichisches Kulturgut. Bitte jene Damen und Herren, die diesem Antrag ihre Zustimmung erteilen wollen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, Auslaufklausel einführen und mit gutem Beispiel vorangehen. Wer dafür ist, gebe bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit und somit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, tut was, Marke Österreich, jetzt. Wer dafür ist, gebe bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Schellhorn, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, tut was, österreichische Normenstrategie umsetzen. Wer dafür ist, gebe bitte ein Zeichen. Das ist wiederum die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Heider, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Rücknahme der geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Beherbergung. Die Damen und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Alm, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, tut was, Unternehmensgründung entbürokratisieren. Wer dafür ist, gebe bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Heider, alle Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, tut was, Open Innovation Strategie entwickeln und umsetzen. Wer dafür ist, gebe bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Somit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Mag. Alm, Kolleginnen und Kollegen, betreffend 500 Tage Bundesregierung, tut was, Unternehmerinnentum effektiv fördern. Wer ist dafür? Das ist die Minderheit. Somit auch abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Steinbichler, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Einführung einer Qualitätspartnerschaft für heimische Gastronomiebetriebe. Wer ist für diesen Antrag? Das ist wiederum die Minderheit. Der Antrag ist somit abgelehnt. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Rosenkranz, Kolleginnen und Kollegen, betreffend die Dringlichkeit von Erleichterungen der Anmeldevorschriften für Familienangehörige in Gastronomiebetrieben. Wer dafür ist, gebe ich bitte ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Somit abgelehnt.